So, ich verstehe nicht, da gibt es nur eine Frau oder was? Da gibt es auch mehrere Frauen. Ja, die nehme ich Sonja Blade. Ach, du nimmst den, ach so. Ja komm, erzähl mal, was ist denn da gestern los gewesen hier? Ja, ich war mit Emil und der Rita an der Berlinale und ähm... Ja, okay. Und du kriegst jetzt gerade auf die Schnauze. Ey, Mann, du Penner. Ey, ich bin eine Frau, Alter, bitte. Penner, rette. Könnten Sie mich ein bisschen zärtlich überhandeln? Oh, geil, neuer Move. Auf jeden Fall werden wir... Du Fettig. Hahaha. Hahaha.